Vorhang auf für den E-Up, das erste rein elektrische Serienfahrzeug von Volkswagen, erkennbar am LED-Tagfahrlicht. Außen wie innen ist er ein echter Up. Der hochwertige Innenraum bietet den gewohnten Platz und Komfort. Auch im Kofferraum, denn die Hochvolt-Batterie liegt platzsparend im Unterboden. Der elektrische Antrieb ist perfekt integriert. Seine 210 Newtonmeter Drehmoment schaffen sofort kräftigen Vortrieb. Und das heißt Fahrspaß. Mit einer Reichweite von bis zu 160 Kilometern meistert der E-Up mühelos die meisten Tagesfahrten ohne Ladestopp. Alltagstauglich, dynamisch und umweltbewusst in jeder Situation. Der E-Up von Volkswagen. Das Auto